Shirazuri Omosako, 70 cm Yonsai Female. Jetzt muss ich einmal drehen weg, Michael bitte. Ah, geckert. Danke. Hat sehr schöne Augen, sehr schönes Gesicht. Einfach für mich. Hier kommt überall Zumi, ist jetzt sehr gestresst, also ist noch Geld. Und auch stresst. Auf Motokuro und beiden Flossen, also für die Zukunft, wird es mit Sicherheit ein sehr, sehr anstrengender Führer. Der braucht noch. Und ich bin gespannt, wie der in ein, zwei Jahren aussieht, ich hoffe. Hier haben wir noch, weil mich das Selter interessiert. Wachstumsfelderung, wenn jemand Interess hat, kann man machen. Entmaß bei dem Fisch über 80, das ist klar. Und... Auspolizei, der ist sehr gut. Leider ist er relativ, der ist noch ein bisschen gestresst. Der war jetzt da ziemlich lang in der Wanne da. Weil wir ziemlich viel Fisch raus haben aus dem Fisch, sonst wissen wir nicht mehr, wer da dran ist und wer. Das war dann praktisch gut. Und das sind jetzt für die letzten zehn.